Ich kann doch meine Schicht, äh, Schicht, sich doch auch aufklaren, dass ich halte an. Ich bin jetzt schon wieder seit knapp 5 Minuten hier und ich bin nicht einen Schritt weiter gekommen. Ich bin einfach so ein Schisser. Sehr schön. Und ich empfehle eine Schachtel Windeln einzupacken. Ich hab da einen Generator bedient, da hinten ist noch ein Generator. Ey, ich geh nicht aufrecht, das könnt ihr vergessen, Alter. Das könnt ihr so vergessen. Schnauze fährt doch noch ein paar. Eins, viel zu laut. Drei, viel zu laut. Drei, viel zu laut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind KIs. Das sind Synthetik-Typen. Ripply, alles in Ordnung? Ripply. Sssst. Sssst. Das ist nochmal ein. Schnegebeschwerte ein. Auf dem Klo. Hey, wie kann man denn Synthetik-Typen umnieten, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Hallo? Ich würde gerne einen netten Syntheten finden. Wie viele sind es? Einer? Zweie? Diese Musik. Also, es passiert nix. Sehr schön. Die haben ja einen Text auswendig gelernt. Ich hab' einen Stampleanzug gesehen. Keinen Stampleanzug. Vor allem, ich hab' doch keinen Plan, wo ich hin muss. Willst mich verarschen? Ich muss jetzt noch diesen... ...diesen Scheiß-Computer noch betätigen, während dieses Arschschotter rumläuft. Ich werd' doch irre, Alter. Wie soll ich denn das machen? Du hässlicher... ...Schmongoloid, ey. Alter, ich komm' nicht vorwärts. Wie soll ich denn denn platt machen? Ich hab' doch nix. Nur solche Leute zu töten. Epimine. Geräuschemacher. Kleingranate. Leuchtfackel. Revolver. Elektroschocker. Meinst du, Elektroschocker bringt was? Stampleanzug? Ich weiß nicht, ob das Alien eigentlich noch da ist. Also, die Frage ist, kann ich mit diesem Elektroschocker... ...diesen Viecher töten? Oder bringt mir die Epimine was? Ich weiß es nix. Kann ich gar nicht zusammenbauen. Das ist noch ein Scheiß, aber auch. Kann ich nicht mehr als drei haben, oder was? Das ist auch egal. Alter, ich muss es ausprobieren, weil... Alter, wo ist der Arsch? Wo ist der Arsch? Komm her, du Arsch! Nein, nein. Der macht nix. Der macht nix. Alter, willst du dich verarschen jetzt? Was machst du denn? Erst machst du nix, jetzt machst du was. Hat er mich gerade getreten? Der tritt mich! Hä? Was ist nix los? Passiert nix. Alter, bleib da! Untertitelung des ZDF, 2020